Ok, hier ein bisschen Getierfalle wollte ich eigentlich auch noch machen. Jawoll, hier haben wir was, da haben wir was, da legt mal ein bisschen Gras rum. Bedien dich, es kostet nichts. Ein bisschen Gras. Der Bifalo pubert vor sich hin. Auch sehr erfreulich, ich nehme mir mal, stört dich ja sicher nicht, wenn ich deinen Dung aufsammle. Ach, vielleicht freut er sich sogar. Weißt du? Kann schon sein. Wenn ich quasi so ein bisschen vor Ort umsorge, also wenn man jetzt mal sagt, er hat jetzt nicht eine Wohnung, aber er wohnt da, sagen wir mal so, so sein halt, sein Bereich, wo er wohnt und dann, wenn man da so ein bisschen aufräumt. Vielleicht freut er sich, ja. Ich hab mich neulich über die Spielmechanik gefragt, wie das wohl ist irgendwie, weil also, die pubern wohl nicht, wenn du nicht in der Nähe bist, weil sonst wär ja so eine Wiese total vollgeschissen, wenn du da irgendwie drei Tage nicht vorbeiläust, ne? Kann schon sein. Ja, muss ja so sein. Also, ich hab jetzt noch nie eine vollgeschissene Wiese gesehen bei Downstaff. Ne? Ne, so richtig. So richtig randvoll. Voll zugekackt bis oben hin, dass du nur noch braune Haufen siehst. Ne, hab ich auch nicht gesehen. Aber wenn man so nebendran steht, neben der großen Herde, dann kannst du eigentlich schon konstant quasi, konstant einsammeln eigentlich, ja? Kannst du eigentlich schon. Das, das geht dann, ja? So, wo ist denn jetzt hier... Wie ist meine Spitzhacke schon wieder kaputt, oder was? Tch, geht auch dauernd. Oder hab ich die irgendwo hingeworfen und hab's da mehr? Dauernd kaputt, das gelände Ding. Also, warte mal, ich latsche mir zurück. Irgendwie fehlt mir hier das... So, ich hab tatsächlich 18 Steine. Oh Gott, für's Telltale Heart braucht man einen Spider gelernt. Wir haben eins übrigens, gell? Also, immerhin haben wir eins. Wenn einer von uns mal wieder es verdumm beutelt... Ich vielleicht... Dann... Hä? Ah, nee, das war... Okay, nächste Farm. Läuft. Wir brauchen viel mehr Farmen. Wir haben ja jetzt erst drei. Vier müssen wir jetzt haben, ne? Ja, jetzt haben wir vier. Aber weißt du was? Ich bring dir ja noch was mit. Vielleicht noch eine machen? Ja, was fehlt mir jetzt? Jetzt fehlt mir viel... Pupa fehlt, Tim. Pupa. Ich hab noch, äh... Zwei. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Okay, ich befüll die trotzdem schon mal. Den Neider hab ich weg. Brauch ich nicht. Will ich nicht das Gelumpfe. Müssen wir mal Schwarzpulver machen. Dauerts, glaub ich, bis hier. Ähm... Ach, Schnee. Entschuldigung. Wenn ich so ein bisschen rumschniefe. Also, was machen wir denn jetzt? Ich bin ein bisschen... Ich bin auf dem Weg zu dir. Ah, na, hier... Da... Ah, ja, da unten seh ich dich. Da kommt... Ja. Hallo. So, da kriegst du Steine. 18 Stück. Und rennen ein Feuerzeug in der Hand. Pupa, hast du auch hier noch ein bisschen? Reicht dir das vielleicht sogar schon, um... Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht sechs waren. Äh... Es sind sechs. Der mit... Okay, ich geh hoch. Du gehst runter. Ja. Jetzt haben wir das mal ein bisschen, was... Einen guten... Einen guten Qualitätsdummen... Oder so ein... Ja, ja, also noch eine Farm wäre schon praktisch halt, ne? Also eigentlich wären sechs nicht schlecht, finde ich eigentlich sympathisch. Mit Büschen sind wir eigentlich schon mal... Ach, manch. Nasenbär. Mit Büschen sind wir ja schon ganz gut ausgestattet. Da war jetzt schon noch... Ich versuche uns noch mal ein paar Drying Racks und so zu bauen, ne? Ähm... Schadet dir auch nie. Ja, nur schadend? Tu das nicht, ne? Ähm... Gucken mal, ob ich noch ein bisschen Pupf finde. Hier ist noch ein bisschen Pupf. Jetzt hier Viechzeug, da. Da sind drei... Leute, ihr müsst euch mal hier ein bisschen vermehren, Freunde. Na ordentlich Gas geben, bitte. Hier unten sind auch noch zwei. Also, wir haben schon mehr als zwei auf jeden Fall. Ja, wir haben zwei Gruppen auf jeden Fall. Aber drei und zwei ist halt echt mager, ne? Ja. Das ist halt echt nicht viel. Wo bin ich denn hier? Sag mal, waren wir hier schon? Jein. Okay, ich bin hier mal so ein bisschen am Explorieren. Aber nur ganz zu behalten. Ich warte noch auf ein bisschen Pupf, weil ich hab jetzt schon zwei. Ja, ja. Komm, mach mal. Mach mal. Auf. Schnell. Schön hier hinkacken. Los. Ah, Schweine. Geil, die sind Schweine. Ernsthaft? Ja, ja. Hier sind Häuser, ja? Da sind zwei Häuser. So nach Norden hin, oder was? Ähm, ja, nördlich von, da ist so ein Durchgang, wenn du auf die Map gehst. Nördlich von dem Grasgebiet. Nördlich von dem Grasgebiet. Ah, ja, hier ist auch ein Grab. Also hier, so hier oben. Ja, ja, genau, da bin ich, genau. Da bin ich, Tim. Genau da. Auf, macht mal noch schnell zwei. Ah, hier, hier. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es zurück schaffe, Alter. Vielleicht, ach, mach doch mal. Doch, du schaffst es noch zurück. Ja, nicht, wenn ich jetzt weiterlaufe, ne? Ne, dann nicht. Ja, dann nicht, ne? Ja, weiß ich nicht. Wollen wir zusammenlaufen? Also ich will halt mal ein bisschen weiter rumschauen, ob wir irgendwo auch mal... Ja, wir sollten uns erst noch mal im Lager treffen, finde ich. Ja, dann wird es knapp, ne? Kommt doch einfach zu mir hoch. Schaffst du das? Ja, das schaffe ich nicht mehr, ne? Schaffst du auch nicht. Ich bin lagernah. Okay, hab ich... Pfff, soll ich das nicht probieren? Das wird... Oh, Alter, das wird knapp. Okay, aber gut, ich probier's. Ich probier's. Hast du eine Fackel im Zweifelsfall? Ja, ja, hab ich dir auch 37 saftige Prozente. Aber hier ist auch ein Weg. Hier sind sogar zwei Wege übereinander. Da hat der... Sehr gut. Map Generator ein bisschen gekackt, ja? Ein Steinweg und ein normaler Weg halt, ja? Die so übereinander laufen. Wem es gefällt, doch. Oh, Pup. Oh, jetzt hab ich kein Gras mehr. Er hat kein Gras mehr? Nein. Dann kannst du dich ja jetzt von der Polizei erwischen lassen. Mhm. Ähm... Map, Map, Map. Okay. Da lang. Ich schaff's, glaub ich, noch. Ich schaff's noch. Ich schaff's noch. Ich schaff's noch, Alter. Ich schaff's noch. Oh mein Gott, gleich wird's noch. Ja, ich bin da, ich bin da. Jawohl, ich bin da. Sehr gut. Das hast du gut hinbekommen, Käse. So, ja. Ich bin auch stolz auf mich. Ich schaff's sogar noch ne Farm. Haha, geil. Ich hab noch ne Farm geschafft. Jawohl. So, ich krieg ein bisschen Hunger. Ah, super gut. Ähm... Kann man mit Birchnuts und Fleisch auch irgendwie was machen? Nee, ich glaub, Birchnuts kannst du nur rösten. Kochen kannst du mit nüt. Ah. Schade. Haben wir, glaub ich, hab ich auch sogar gesehen beim Ausspielen irgendwie, dass wir das versuchen haben. Also, beziehungsweise du. Aber es ging nicht. Scheiße. Aber ich hab hier ein paar Beeren. Also, eins, zwei, drei Beeren da rein. Schwupps. Warte, ich hab, ich hab. Oh boy. Und wenn du noch ein paar Beeren hast, kann ich, ich hab noch ein Kaninchen, kann ich dir das auch noch. Ja, 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 ja. Zur Verfügung schicken. Ah, Butterfly. Diese Butterfly-Dinger. Ich, ach Gott, eigentlich muss man mal Rezepte checken, gell? Hast du noch Gras? Äh, ja, ja, ich hab voll viel Gras. Pass auf. Ich kann dir auch ne Hälfte geben, wenn du willst. Willst du? Ja. Bitte schön. So, ich mach dir hier so ein Fleisch rein. Dann kannst du dir noch ein bisschen was zu essen machen. Und ich mach ein bisschen Gras noch. Hier, ähm, Seil aus Gras. Fünf. Habe ich ein Seil zu viel gemacht? Super. Ich mach auch noch Seile, hab ich auch noch, ja. Ähm. So, was ist jetzt? Achso, da ist ein Fle- Ah, ja, genau. Okay. Okay. Habe ich verstanden. Mache ich sofort einmal, zweimal. Und dann mach ich mir diese gammelige Melone da rein. Dann läuft das. Habe ich jetzt, ich hab noch drei Pupen. Wie viele Pupen hast du, Tippscher? Ich hab drei. Ah, super. Dann kriegen wir noch eine. Komm. Her mit dem Ding. Ja, kriegst du. Und da wird fröhlich getrocknet. Ähm. Wir haben sogar noch, warte mal, wenn du, machst du eigentlich noch einen Dryen weg? Dryen weg? Ja, aber hier sieht's ja schon relativ dry aus. Achso, ja stimmt, weil hier ist ein großes Fleisch. Dann können wir einen großen Jockey machen. Okay, warte, ich mach noch einen. Oder? Ja. Ja, warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Äh, warte jetzt mal. Noch eins? Warte. Bitte. Okay. So. Hast du das Fleisch an dich genommen? Oder ist das noch... Ich hab es in meiner Hosentasche. Ja, dann häng mal hin. Ich häng's hin. Ähm, genau, weil großes Jerky ist echt geil. Das ist auch schön dicke für... Äh, für Schnittwunden und so kann man so ein Trockenfleisch drauflegen. Da geht's einem gleich viel besser. Hier, iss mal was, Käse, ne? Achso, ich nehm mal den Hobel da. So, jetzt lass mal losgehen, komm. Ja, okay. Weil jetzt kommen bestimmt, weil sonst kommen wieder Hounds irgendwie und ich hab echt keinen Bock auf Hounds unterwegs, ne? Nee. Also gar nicht. Aber jetzt läufst du... Achso, du läufst den Weg. Ja, ja, ich lauf halt den Weg. Ja, sorry, ja, den hatte ich ja schon quasi erkundet. Dann weiß der schon Bescheid, dass das da oben lang geht. Pupa! Ich nehm mir diese Feine. Rinder, scheiße. Man spielt hier so eine Kacke. Äh, ja. Achso, nee, hatten wir aber gestern auch schon. Bifalos gibt's wirklich, ja? Eine Kötzung aus Buffalo und Rind. So groß wie ein Buffalo, aber mit Rinderfleisch. So rindig wie ein Rind. So rindig wie Rindi, Spezial. Ja. Eine Perversion, jeder, der es noch nicht gesehen hat, einfach mal... Der Sumpf, bist du durch den Sumpf durch? Ähm, ja, ja, ich war hier oben schon, ja. Dann müssen wir das hier... Wie sie aufpassen, aber ich picke mal dieses Reed. Oh, oh, da ist Vorsicht, da ist der Blubberts. Sixters. Ja. Und da rechts sind Schweine irgendwie. Schweinegeil. Schweine. Äh, so, und jetzt hätte ich, huch, kurze Ruckler. Ah, ein Tümpel. Noch mehr Reed. Ich picke hier mal das Reed. Guck mal, was ich gefunden hab. Ah, geil, Chester. Chester. Oh, Chester. Geiler Scheiß. Mhm. Endlich mal Chester. Und hier sieht's sehr... Nee, doch nicht. Also ich lauf hier mal jetzt rechts den Sumpf entlang, ja? Rechts? Ja, ja, mach doch du ruhig woanders, weil dann schaffen... Oder wollen wir... Ah, ich glaub, das sieht so noch Schweine... Schweinisch sieht's da aus, hm? Ja. Skicking. Oh ja. Oh yeah. Oh yeah. Sehr schön. Na, das ist doch mal wunderbar schön. Die schlafen alle. Warum schlafen die? Das macht mir Angst. Ist Vollmond oder sowas? Nee, ich glaub, das ist ein... Ganz ehrlich, ich glaub, das ist ein Bug. Bei mir haben die auch schon geschlafen. Ich hab keine Ahnung, warum. Also die haben... Ich dachte irgendwie, hö, ist jetzt bei Together irgendwie, dass die schon... In der Dämmerung irgendwie schlafen. Aber normal würden die ja in ihr Haus gehen, ne? Nicht einfach draußen sich da... Alter, Hilfe. Diese schlagenden Tentakel sind echt so... Heftig. Aber nichts passiert. Ja, ich ernte mal alles, was nachwächst, ab bei denen, ja? Ja, ja, mach da ruhig, ja. Einen Segen hast du, Timschel. Einen Segen hast du. So, Alter, jetzt wird schon wieder... Also Dämmerung wird auf jeden Fall mehr. Jetzt sind wir schon über der Hälfte, ne? Es wird bald Winter. Wir müssen echt Vorbereitungen drücken. Ja, gut, ja. Ich mein, jetzt haben wir sechs Farmen. Ein bisschen mehr könnte schon auch nicht schaden, gell? Ähm. Oder was? Das grunzt es aber nicht, oder? Ist hier die Grunst? Nee. Ich glaube nicht. Oh Gott, wenn jetzt... Jetzt wäre jetzt... Das wäre jetzt ja... Fatal. Nee, eigentlich halt auch der Klassiker, gell? Ähm. Dass man halt irgendwo... Oh mein Gott. Ja, dann kann ich nur hoffen, dass die zu dir gehen und nicht zu mir. Zu mir? Oh nein, Abigail ist schon voll am Sack. Weil die von diesem blöden Viechzeug die ganze Zeit... Also von den Tentanen... Ach man, ihr Scheiß-Tentanen, was pisst euch doch. Ja, die sieht auch ein bisschen traurig. Ja, ja, eben, ja. Die kriegt dann... Die hat dann so... Die kriegt dann so Trieforg. Oh, yes. Ein Schweinekopf. Aber ich hab... Ah. Nicht gut, Käse. Hammer. Ich mach mir mal ein Hammer. Pass mal auf. Hoffentlich schaffe ich das jetzt, den Dinger wegzuklappen, ohne dass dieser schweinische... Meermann mich angreift. Dann hab ich ein bisschen Schweine... Schweinkopf. Hier sind keine Bifferlose. Ich hab ja gehofft, dass ich hier irgendwo Bifferlose finde. Wie? Alter, nein! Laufkäse. Lass dich jetzt nicht umbringen. Was latscht du auch durch den Dumpf? Sumpf. Durch den Dumpf und Sumpf? Durch den Dumpf und Sumpf. Naja gut, da muss man ja auch mal durchlaufen. Ich mein, sonst weißt du ja nicht, was so Sachen ist da. Wer weiß, vielleicht ist hier das gelobte Land dahinter und wir haben es einfach nicht... Spinne. Da haben wir echt so prächtige Spinnennester in... Sumpfen findet eigentlich immer ein schöner Ort, weil die sich so schön battlen. Da drüben ist eine Science-Maschine, die steht mitten in der Landschaft rum. Wieso tut ihr das? Vielleicht ist das unsere. Haben wir nicht am Anfang eine gebaut? Das kann schon sein. Ich guck mal auf die Map. Ja, könnte sein, dass das unsere ist. Könnte fast sogar sein. Ja, guck mal, hier sind jede Menge Steine. Wir haben schon Steine gefunden. Wir haben sogar eine Science-Maschine daneben gebaut. Wir haben nur nicht richtig auf die Karte geguckt. Was? Kann ich mir kaum vorstellen. Ja, da oben waren doch auch diese Millionen von Scheißvögeln irgendwie so. Oh, Mann. Warum... Alter. Warum bleibe ich auch immer dann stehen, wenn so ein hässlicher... Es wird Zeit, den Sumpf zu verlassen. Ja, ja. Jedes Mal, wenn ich auf die Karte gucke, kommt so ein scheiß Arm, der mich fertig macht. Okay. So ein Tentakel. Oh Gott, ich hoffe, ich schaffe es noch raus. Ein Shit-Lurch quasi. Ein Shit-Lurch. Ein hässlicher Shit-Lurch. Man kennt sie. Ich glaube, ich werde ein bisschen verrückt gerade. Ich weiß gar nicht, warum ich so verrückt werde. Dass du gerade am Durchdrehen tippst. Ja, ein bisschen. Okay, also ich schaffe es auf jeden Fall nicht mehr nach Hause. Das ist schon mal klar. Ich auch nicht. Ich bin jetzt hier irgendwo in der Pampa. Ja, ich auch. Mach mir mal ein Feuer. Ja, ich mache mir jetzt auch gleich mal Feuerchen. Ich bräuchte irgendwas, was meine geistige Stabilität mal ein bisschen erhöht. Ja, ich habe... Also ich habe einen grünen, gekochten Pils. Der gibt dir 15. Erfreulicherweise. Aber ich weiß ja nicht, wo du bist, ne? Naja, ich bin irgendwo in der Nähe von dem Dingsfeld. Oh Gott, wenn ich jetzt einen Baum fälle und einen Tree Guard kommt, der mich im Arsch. Das ist doch nicht der einzige. Aber ich fälle jetzt trotzdem Bäume, gell? Also ich... Bei Downstarf gibt es einfach... Da muss man nicht... Da kann man nicht, ne? Da geht nicht. Das man da nicht... Du bist sowieso schon fast tot, weil du dir die ganze Zeit voll auf die Glocke hast. Ja, nur ein bisschen. Also viel hat ja der Helm abgefangen und... Also... Das ist schon okay. Na, wenn du das sagst. Naja, also naja. Das geht noch. Wenn jetzt Hound kämen, wäre blöd. Ja, das wäre richtig. Ich würde mal heim und dann müssen wir ordentlich... Ich wollte noch ein paar Steine mitbringen. Steine, Baby. Wir brauchen Steine. Bei mir versucht schon jemand, das Feuer zu klauen. Ja, ja. Nicht gut, Timschel. Nicht gut. Nicht gut. So. Bei mir ist alles top. Das läuft fast rein. Die Nacht ist bald durch. Ich mache Holz wie ein... Wahnsinniger. Wie ein Großer. Habe ich noch eine Schaufel? Keine Schaufel mehr, oder? Ernsthaft. Also ernsthaft. Flunker, flunker, flunker. Okay. Oh, geil. So ist alles gefunden. Oh. Tentakel. Ja, der hat schön irgendwie drei Spinnen platt gemacht. Ich habe Überreste eingesammelt und dann hat er mir auch noch mal eine übergezogen. Ja, aber nicht gut. Nicht gut, Käse. Nicht gut. Ich bin wieder mal unvorsichtig. Und das ist... Ne, die Gier ist doch eigentlich Nummer 1 Todesursache. Ich hole noch schnell mal das da hier und dann Bats. Tot. Ähm. Ja, ja. Ich brauche jetzt dringend irgendwas, was Health gibt. Sonst ist es schlecht. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, ich bin hier gerade im... Weit, ähm, im Grasland, äh, dass es schon heller wird. Dass bald... Also es herbstet quasi schon. Oh nein. Das ist, was ich meine. Es sieht mir irgendwie so aus. Dafür habe ich nochmal ein bisschen Pupa bekommen. Was schönes. Oder auch nur ein bisschen an Hase. Ich bin hier auch ein Hasen. Ein köstlicher Hasen. Und ich bin voll mit irgendeinem Klumpatsch. Ah, sehr gut. Ein Granatapfel. Super. Das ist doch super. Also ich noch den einen Stein. Und dann hole ich mir ein paar Blumen bei den Schweinen auf dem Rückweg. So. Mel, wie komme ich da hin? Äh. Ach nein, jetzt verrocknen auch die Hasen. Ach, scheiße. Keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr. Irgendwo in die Richtung. Was? Wie? Wie meinst? Was meinst? Was sagst? Was ist los? Ich guck mal. Was war der Bär nochmal gut? Ich habe es vergessen. Wer? Der Bär. Was für ein Bär? Ich habe doch so einen Teddybären dabei. Ach so. Äh. Keine Ahnung. Ich habe doch auch irgendwas. Habe ich auch vergessen, Tim. Sorry. Weiß ich nicht mehr. Was cool ist. Kann man irgendwie hinwerfen und dann fängt er an durchzudrehen. Äh. Ja. Irgendwas war mit hinwerfen und irgendwie ein Irritieren oder so. Aber ich. Ja. Gut. Ich glaube bei Gegnern funktioniert der auch. Ja. Oder war es nur so ein PvP-Ding? Nee. Nee. War schon auch irgendwie irgendwas. Irgendwas mit irgendwas. Und dann. War irgendwas schon auch sinnvolles. Irgendwie. Und dann war da was. Ja. Dann war das total toll. Okay. Ich brauche mal ein kleines Feuerchen. Dann koche ich mir einen Granatapfel. Bin ich immer noch fasziniert, wie die Entwickler auf die Idee gekommen sind. Gekochter Granatapfel. Ich meine mal ehrlich. Ja. Ich mache immer zu Weihnachten mal. Immer mal was mit Granatapfel. Ja. Klar. In Salat oder so. Kannst du ein Dressing machen oder so. Oder kochen. Ah. Geil. Das ist nicht für uns. Nee. Oder hast du hier irgendwie. Nein. Ich war es nicht. Nein. 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 Deine Spuren. Damit habe ich nichts zu tun, Tim. Sehr gut. Rein gar nichts. Okay. Also da wir jetzt irgendwie so ein bisschen komische Mechaniken von Reign of Giants mit drin haben, verrotten ja unsere Hasen. Ja. Ach Mann. Das finde ich hier. Das finde ich. Das finde ich blöd. Das mag ich nicht. Ich will das nicht. Ja. Irgendwann. Keine Ahnung. Wenn du so ein Hasen zwei, drei Wochen erstmal in deiner Tasche hast, würde ich auch an dem seiner Stelle mir das überlegen, ob ich nicht irgendwie... Ja, das trafst du nicht. Das finde ich nicht. Nein, nein, nein. Was machst du denn da? Ich versuche mir so ein Dings-Dihut zu machen. Ein Dings-Dihut. Wer hätte auch das gedacht? Oh. Oh, es wird schon wieder dunkel, ey. Es geht echt ab. Boah. Hallo? Ich renne mal zurück. Renne eher zurück. Boah, leck. Ich habe gerade ein bisschen Lacks irgendwie. Irgendwie hat es gerade bei mir. Ich weiß nicht, wenn wir mal kurz... ein Päuschen machen müssen. Schlimm? Lacks schlimm? Ja, schon. Also, obwohl wir ja über das Lahn spielen, aber es ist dann nicht geil, wenn man irgendwie Sachen rausnimmt und dann sind sie noch drin und dann sind sie wieder draußen und hin und her und so halt. So eine Geschichte. Ich komme noch schnell zurück. Was? Führt der Weg hier direkt zu unserer... Was haben wir jetzt? 35 Minuten auf der Uhr? Ja, ja. Dann machen wir halt... Ja, ja. Dann können wir ein kleines Päuschen machen. Ja, machen wir. Weiß ich. Ha. Alter. I can't carry anymore. Oh nein. Also was? Tü-tü-tü-tü-tü-tü. Tü-tü-tü-tü-tü. Tü-tü-tü-tü-tü. So ein bisschen Puppe habe ich auch noch eingesammelt. Reed habe ich eigentlich... Wir brauchen mal noch eine weitere Kiste. Da liegen doch sogar drei Boards rum, Alter. Wieso? Ich habe eigentlich noch eine Kiste hier. Kollegen. Das soll einem mal einer erklären. Und wieso? Ah, okay. Verstehe ich nicht. Egal. Manchmal ist es verwirrend. Hallo. Hi. Hier sind drei Pup. Und hier sind 22 Steine. Du kannst dich also theoretisch austoben. Wenn du das möchtest. Oh, was hast du denn da abgefahren? Ja, ich habe hier so ein Buttercup Butterfly Muffin Dings gemacht. Hast du noch Beeren irgendwie? Haben wir noch Beeren? Ah ja, hier ist eine Beere. Hier sind zehn. Ah, geil. Weil da gibt es nämlich noch einen. Einen dürften wir noch hinkriegen. Warte mal, ist hier irgendwo noch ein Gemüse? Ja, genau. Ich habe ja auch hier... Ja, läuft, läuft, läuft. Oder ist der jetzt schon verrottet? Gucken wir mal, ob wir es noch schaffen. Ich glaube, der ist gar nicht mal schlecht für... Ich hole mal noch zwei Hasen. Ja. Also einer ist noch hier in der... Im Kühlschrank. Ja, in der Kiste halt irgendwie drunter. Ah, come on. Come on. Come on. Oh Gott, wir müssen echt mal eine Pause machen, Tim. Ja, ja. Ich habe hier... Größere Probleme. Ja, ja, das ist gar nicht spielbar. Wenn jetzt Hunde kommen, dann bin ich tot. Los jetzt. Schnappt ihr die... Hast du einen Morsel? Äh, nee, warte mal. Ich bin hier... Alter. Komm schon. Jetzt das Ding will ich noch so machen. Damit. Mach das da rein und koch das jetzt. Los! Koch das jetzt, verfluchte Schitte. Wird bei dir wieder ein Update-Prozess im Hintergrund, oder was? Ich weiß nicht, es geht. Kannst du den an den Start bringen? Was muss ich machen? Wir kochen. Nur kochen. Ja, genau. Kann ich. Sehr gut. Weil es irgendwie geht nicht. Geht nicht. Ich bin wieder einigermaßen. Alter. War es hergestellt? Bist du gut? Naja, zumindest was mein Gehirn angeht. Das Gehirn. Das Gehirn. Ja, ich bin total voll. Ich habe hier... Achso, du bist ja jetzt sogar wieder fröhlicher. Ich habe nur Hunger. Okay, ja gut. Dann lass mal kurz eine Pause machen. Ich muss mal kurz irgendwie... Ich muss mal kurz rausgehen. Dann schauen wir mal weiter. Also bis nächstes Mal. Bis bald hoffentlich. Tschüss. Tschüss.